Musik Komm schon, ist denn noch 2 übrig? Aber jetzt... Ja endlich! Jetzt kommt gleich eine Szene, da wollte ich schon wieder auf Dice schumpfen. Boah, getroffen! Servus zu einem weiteren Battlefield 4 Gameplay, diesmal TDM auf der Map, fehlerhafte Übertragung. Und gespielt habe ich wieder mit dem Schwein, dem M60E4. Ist eine nette Runde geworden. Zu meinem Thema heute allerdings wollte ich sagen, ich werde mir keinen Server mieten, und zwar aus dem einfachen Grund, jetzt kommt's, weil ich den Server nicht überwachen kann. Also Punkt 1, ich weiß ja nicht, ob das jetzt viel ist oder nicht. Also für manche ist es viel, für manche ist es nicht viel. Ich empfinde es jetzt als nicht viel, aber ich zocke so in der Woche, sage ich jetzt mal, also von Montag bis Freitag, sage ich jetzt mal, im Schnitt knapp 10 Stunden, meistens weniger, mehr auf gar keinen Fall. Gut, okay, am Freitagabend und Samstag, habe ich es jetzt eigentlich ein Mist erzählt, aber egal, Freitag und Samstagabend zocke ich schon etwas mehr, aber ich sage jetzt mal, es ist nicht viel. Aber wenn man sich jetzt nur rein überlegend mal, also du mietest dir den Server, sei es jetzt ein Tag oder auch jetzt ein Monat oder drei Monate, das spielt ja keine Rolle, aber der Tag hat ja doch eben 24 Stunden. So, du kannst also nicht 24 Stunden den Server überwachen. Das heißt, wenn es du jetzt zum Beispiel, in meinem Fall wäre es jetzt nicht so tragisch, das einzige, wie gesagt, was ich an Regeln hätte, wäre keine C4 an MCOMs oder an Flaggenpunkten. Aber eben nur als Beispiel, ich würde jetzt auch sagen, wie manch andere keine Shotguns zum Beispiel oder keine Stingerraketen oder eben keine Sniper oder was auch immer, dann kann ich das leider eben nicht überwachen, vor allem nicht, weil ich alleine bin. Jetzt ist es so, gut, natürlich, ich könnte jetzt zig Leuten irgendeine Atmenrechte geben, die dann das mit überwachen. Ja, aber Entschuldigung, ich sage, Zahlen tun dennoch ich. Und das ist es mir zum Beispiel eben nicht wert. Also ich werde mir zu 99 Prozent keinen Server mieten, weil ich eben den nicht überwachen kann. Ich habe schon von vielen gehört, dass es eben schwierig ist. Ich habe von meinem letzten auf Facebook einen Kommentar gehabt, wo der eben geschrieben hat, dass er auf einen reinen Pistol-only-Server gezockt hat auf der Playstation. Das Problem ist aber eben, dass dann welche dabei waren, die eben sich nicht daran gehalten haben. Und da muss ich jetzt eben leider Gottes wieder sagen, es gibt halt nun mal so viele dumme Menschen, die sich entweder nicht an Regeln halten wollen oder die das einfach nicht verstehen, dass sich Leute eben einen Server mieten für in Anführungszeichen viel Geld und die natürlich dann ein Spiel machen wollen, so wie sie es machen wollen, wie sie es erst gerne hätten und nicht so wie es jetzt eben Vorschriftsmäßig halt wäre oder regulär wäre. Und deswegen stellen eben manche Leute Regeln auf, was ich ja gut finde. Ich meine, der System sein Server, den hat der gemietet, damit kann er machen, was er will. Aber deswegen eben, da gibt es so viele dumme Menschen, die sich eben nicht an diese Regeln halten, die es entweder mit Absicht machen oder weil sie wirklich krank sind, einfach behindert im Kopf. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss. Weil, wenn du dich nicht an diese Regel halten willst, dann spiel nicht auf diesem Server. Es ist doch ganz einfach, oder? Ich weiß nicht, was es da für Probleme gibt. Das andere ist, da wir anscheinend auf den Konsolen eingeschränkte, wie soll ich das sagen, Nutzung haben, was den Server angeht. Ich habe von einem anderen Abonnenten gehört, der PCler ist und der hat gesagt, man kann eben einstellen, ob jetzt nur eben Sniper und alle anderen Waffen sind dann eben nicht erlaubt. Und lauter so Sachen, also wesentlich mehr Möglichkeiten anscheinend, als wir auf den Konsolen. Und dadurch ist es dann da eventuell eben möglich, auf dem reinen Pistol-Server zu spielen oder auf dem reinen Sniper-Server. Ich bin mir da eben nicht sicher, aber ich weiß es nicht, ich habe ja eben, wie gesagt, keinen PC. Aber so soll es wohl sein. Und da finde ich es halt dann eben schade, dass wir das bei den Konsolen nicht auch so machen können. Dann wäre es natürlich eine Überlegung wert, sich so einen Server zu mieten und dann eben nach seinen eigenen Regeln zu spielen. Wäre okay, aber nachdem das ja eben, wie gesagt, nicht geht. Du kannst eben nur das verhindern, indem, dass du, wenn du eben online bist, auf deinem eigenen Server, dann, dass du dann, wenn du das mitkriegst, dass da jemand snipet zum Beispiel oder eben mit einer Shotgun rumläuft, obwohl du das gar nicht haben möchtest, dass du dann die Leute banst. Aber eben, wenn du nicht auf dem Server bist und die Leute machen es trotzdem, dann ist es ein ganz normaler, ganz normaler, sage ich jetzt mal, regulärer Server, wie alle anderen auch. Und dann brauche ich keinen Mieten, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist halt der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel keinen Server miete oder mieten werde, weil eben, ich kann ihn nicht überwachen. Wie gesagt, anders schaut es aus, wenn man das zum Beispiel in einem Clan macht oder in einem Platoon zum Beispiel, wenn man, vor allem, wenn man sich auch untereinander kennt und man sich halt dann eben die Kosten zum Beispiel auch teilt. Und da sind halt dann meinetwegen, in einem Platoon sind ja teilweise jetzt, glaube ich, schon über 100 Leute in einem Platoon, teilweise sogar schon 200. Und na cool, natürlich, ich muss jetzt nicht unbedingt allen 200 Adminrechte erteilen, aber wenn es denn überhaupt ginge. Aber man kann doch eben zum Beispiel 10, 20, wo man weiß, die spielen sowieso regelmäßig, auch auf dem eigenen Server, dann würde sich das nämlich, würde das funktionieren. Und dann würde nämlich die Leute gar nicht erst, weil ja, irgendwann spricht sie, was heißt, es spricht sich nicht rum, sondern man merkt es halt dann irgendwann. Man scrollt ja durch, durch die Serverbrowser und dann sieht man auch, oh nee, bei dem habe ich schon mal und da wirst du gleich rausgeschmissen oder gekickt oder wie auch immer. Und wenn du mal gebannt bist, kommst du eh nicht mehr rein in den Server. Und dann hat sie es eh erledigt. Und das finde ich dann wieder gut, weißt du, wie gesagt, in so einem Platoon oder in so einem großen Clan, da macht es vielleicht Sinn, aber alleine, das kriegst du einfach nicht hin. Seid mir nicht böse, aber das schaffst du nicht. Das schaffst du eben, wie gesagt, nur dann in den ein, zwei Stunden, wo du spielst. Ja, aber das ist ja nur ein kleiner Teil von Leuten, die du erwischst. Und dafür ist es mir das Geld einfach dann zu schade, wo ich mir dann sage, ja, du kriegst dann eben immer wieder Resonanz. Ich bin ja auch so einer, wer es mir aber abgewöhnen mag, tut mir leid. Aber ich bin ja dann auch so einer, der schreibt die Leute an, viele Sniper auf deinem Server, bla bla bla. Ja, Idiot, musst du es ja selber, ich weiß es ja selber, dass es nicht geht, vor allem nicht, wenn du online bist. Und das ist ja logisch, du kannst nicht jeden erwischen, wenn du alleine bist. Aber egal, das wollte ich euch heute mit dem Thema sagen, warum ich jetzt zum Beispiel wahrscheinlich, also zu 99 Prozent, keinen Server miete, vor allem nicht, weil ich alleine bin. Das ist eigentlich der Grund. Und ansonsten finde ich die Geschichte sehr gut. Und ich hoffe, dass eben, wie ich gesagt habe, vielleicht größere Platoons oder größere Clans sich eben die Server mieten und dann eben zum Beispiel mal einen Pistol-Only-Server machen oder einen Sniper-Only-Server. Aber da würde ich dann gerne mal drauf zocken wollen. Falls ihr welche kennt, die das schon machen, würde ich mich gerne auch freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt, damit ich nicht ewig lange suchen muss, sondern dass ich gleich weiß, wie der Server heißt. Und dann kann ich gleich mal draufhupfen. Ansonsten ist es eben, wie gesagt, nur denen zu empfohlen und für mich als Einzelkämpfer, sage ich jetzt mal, eher nicht. Naja, das war es dann schon mit dem Thema für Mittwochabend oder Nachmittag. Ich werde wahrscheinlich heute noch, also am Mittwoch, nochmal ein Gameplay hochladen und zwar ein Live-Gameplay Rush. Da werde ich zwei hintereinander hängen, weil ich fand die so geil und die würde ich euch nicht vorenthalten. Also viel Spaß beim Gucken und ciao, bis zum nächsten Video. Wenn wir die letzten Bastards erwischen, können wir uns verpissen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.